Fisch & Fang, das Erlebnismagazin für Angler. Ab 23.05. im Handel. Die Juni-Ausgabe. Und das sehen Sie unter anderem auf der beiliegenden DVD. Die Fisch & Fang Profi-Liga, das Ereignis des Jahres. Ab sofort stellen sich in unserer neuen Serie acht prominente Angler einem freundschaftlichen Vergleichsfischen und schon allein die Namen der Teilnehmer versprechen jede Menge Spannung. Uli Bayer, Dietmar Isayasch, Jörg Strelo, Jan Lok, Jens Franke, Sebastian Hähnel, Klaus Mittmann und Stefan Seuss. Allesamt begeisterte Raubfischangler und allesamt erfahrene Profis. Die Fisch & Fang Profi-Liga, das Ereignis des Jahres, startet in dieser Ausgabe. Das dürfen Sie nicht verpassen. Mission Meter Zander. Dass man am Ebro-Stausee in Spanien hervorragend Waller fangen kann, wissen die meisten Angler. Dass man dort aber auch gute Chancen auf große Zander hat, wissen nicht viele. Begleiten Sie Uli Bayer auf seiner Mission Meter Zander und seien Sie dabei, wenn einige Überraschungen im Boot landen. Auf Achse an der Müritz. Wasser gibt es in Mecklenburg-Vorpommern ja bekanntlich genug. Doch wie sieht's dort mit den Raubfischen aus? Matthias Fuhrmann und Herbert Zieheis besuchten einige Gewässer der Seenplatte, erlebten eine tolle Fischerei und hatten am Ende allen Grund zur Freude. Fisch & Fang, das Erlebnismagazin für Angler. Die Juni-Ausgabe. Ab 23.05. überall im Handel. Jetzt Fan werden und keine Neuigkeiten verpassen. Facebook.com Fisch & Fang.